hallo ihr lieben heute mal ein kurzes video von mir also hoffentlich und zwar möchte ich euch einfach nur einen schnellen tipp geben weil ich gesehen habe dass viele von euch diese papierwischer hier benutzen und manche von euch nicht so richtig wissen wie kriegt man die dinger wieder sauber denn die nehmen ja schon auch das farbpigment auf und das möchte ich euch zeigen wie ich das mache die papierwischer kann man ja nutzen um die buntstifte einfach zu verwischen auf dem papier also ins papier einzuarbeiten dafür sind die ganz prima man kann damit auch nasse blendtechniken benutzen zum beispiel das babyöl also die buntstifte mit babyöl vermahlen oder auch das gamsol oder gamsol lösungsmittel aller art alles was feucht ist und sest natürlich das dafür kann man den papierwischer auch gut benutzen allerdings wird er sich natürlich weil er aus gepresstem papier besteht hier oben mit den farbpigmenten aufladen könnte man so sagen dann müsst ihr die teile natürlich wieder sauber machen denn sonst zieht ihr euch das pigment von hier oben wieder mit in die nächste farbe rein glaubt mir ich habe versucht ihn anzuspitzen tut es nicht das funktioniert nicht gut das was aber wirklich gut funktioniert das ist ganz stinknormales schmirgelpapier und zwar kann man sich hier so ein fancy teil kaufen ich habe hier eins von farber castell ich habe es gesehen ich muss das haben ich kann nichts dafür dass so ein kleines brettchen hier unten ist und schwamm dran wo man vielleicht noch mal ja wenn es ein bisschen krümelt oder so das abwischen kann da drauf sind so kleine schmiergelpapier papierchen papierchen drauf getackert und die sind die sind auch in der mitte geteilt am anfang ist dieses ding hier drüber also einfach nur so eine schutzschicht und also hier sind sie eben genau geteilt und wenn ihr das gefühl habt jetzt schmiergelt es nicht mehr so unbedingt gut dann könnt ihr einfach ein ein weiteres abreißen und ihr habt ein frisches darunter sicherlich ist es klar irgendwann sind die natürlich aufgebraucht vielleicht kann man dann auch normale schmiergelpapier mit zum industrie tackern einfach darüber machen müsste wahrscheinlich auch gehen aber ich denke dass halt halt das hält auch ein weilchen ganz genau also ich habe es ganz normal im im wie heißen das im kunstladen kreativladen basteladen wie sagt man denn ja so ein teil halt da habe ich mir das einfach gekauft die hatten das vorrätig aber man kriegt bestimmt auch ganz gut online ich gucke mal nach ob ich einen link für euch finde und den zeige ich euch natürlich beziehungsweise den findet ihr dann wieder unter verwendete materialien in der infobox wenn ihr die techniken sehen wollt von denen ich gerade gesprochen habe dann guckt mal auf meinem kanal irgendwo findet ihr die da auf jeden fall diese ganzen nassen blend techniken oder auch wie man den buntstift einfach nur einreibt schaut mal auf meinem channel irgendwo wie gesagt findet ihr videos dazu ja und wenn ihr keine lust dazu habt euch irgendwie hier so ein teil extra zu kaufen dann geht doch einfach mal in den guten alten baumarkt und kauft euch für ein paar cent einen bogen schmiergelpapier das hier ist eins das ist mit k 400 bezeichnet das ist ja eigentlich ziemlich fein aber es funktioniert ganz gut wie ihr seht also ich hoffe ihr seht ich gehe einfach so mit ich kreise den immer mal wieder den papierwischer und rubbel einfach darüber und dann mache ich einfach noch mal so weil entstehen natürlich ein paar krümmel und dann seht ihr schon das teil ist so gut wie neu wenn da noch immer noch ein paar pigmente über sind bei mir ist jetzt noch ein kleines bisschen was dann könnt ihr das natürlich noch mal nachmachen bis das teil daneben ganz ganz sauber ist wieder und eigentlich wie neu zu der bezeichnung noch mal das ist ja k 400 also es gibt ja verschiedene schmiergelpapiere allerdings übersteigt das an dieser stelle eindeutig meinen kompetenzbereich es gibt ja schmiergelpapiere für holzarbeiten aber auch um metall zu schleifen ich muss gestehen ich habe keine ahnung wofür das hier ist eigentlich hier so ein farbtopf abgebildet und ein brett es könnte also sein wenn ich ganz logisch kombiniere dass es tatsächlich für holz gedacht ist es ist auf jeden fall ein sehr feines und ich empfehle euch auch ein etwas feineres zu nehmen weil wenn es grob ist dann wird natürlich auch hier diese fläche so ein bisschen grober könnte man sagen so ist er wirklich ganz fein abgeschliffen und dann lässt er sich wieder prima benutzen und ja zu dem teil das ist auf jeden fall etwas rauer als das hier ich bin mir ziemlich sicher es ist eigentlich gar nicht dafür gedacht um diese papierwischer auszuschrauben aber naja man kann es dafür benutzen deshalb mache ich das vielleicht ist es eher um bleistifte noch mal ein bisschen mehr anzuspitzen ohne sie eben mit einem anspitzer anzuspitzen keine ahnung funktioniert auf jeden fall ist definitiv grober es steht nicht drauf was das für eine stärke ist funktioniert aber genauso ich habe jetzt wieder pigment dran wie ihr seht da sieht man dann auch ganz gut dass der wirklich die farbe aufnimmt beziehungsweise die daran haften bleibt auch hier mache ich jetzt wieder so kreisende bewegungen ich habe extra den von corinor genommen weil ihr dann sehen könnt wie ich den drehe aber es funktioniert mit jedem anderen papierwischer auch wichtig ist mit sicherheit dass das nicht der aller billigste ist denn ich habe schon ganz günstige gehabt und die sind dann einfach nicht so stabil und die fransen dann auch mehr aus ach so ja der hat jetzt ja noch hier so tollen schwamm damit kann man das dann auch machen aber schnickschnack wenn ihr mich fragt und dann ist er auch ziemlich sauber so mache ich das mit meinen papierwischern ist ziemlich easy wie gesagt vergesst das mit dem anspitzen das funktioniert nicht und ihr könnt den auf jeden fall wenn es schnell gehen soll und ihr auch nicht vor hat die farbfamilie groß zu wechseln dann könnt ihr auch einfach wenn er schon voll ist mit papier auf einem schmierpapier nebendran den einfach ausmalen bis eben keine pigmente mehr runter kommen und könnt ihr dann weiter benutzen allerdings franz dann auf jeden fall irgendwann diese spitze hier ziemlich aus und dann spätestens dann solltet ihr auf jeden fall ein stück schmierpapier zur hand nehmen so einfach ist das ich hoffe das hat euch geholfen ich hoffe das bringt euch einfach was und ihr habt jetzt ein bisschen mehr plan darüber wie ihr den dann wieder hübsch kriegt okay gut dann mal ein kurzes video zur abwechslung auch nicht schlecht viel spaß noch und bis zum nächsten mal tschüss